Hallo und herzlich willkommen hier zu einem etwas spezielleren Video. Heute werden wir nämlich das neue Lego Star Wars Weihnachtsdiorama Set nicht nur upgraden, sondern auch noch erweitern. Dafür habe ich mir das Set zweimal gekauft und auch nur Teile aus diesen beiden Sets genommen und nicht noch weitere hinzugefügt. Zu den Minifiguren kommen wir nachher nochmal genauer, denn jetzt soll es erst einmal um den eigentlichen Bild gehen. Wenn wir uns diesen jetzt angucken, merken wir natürlich als allererstes, dass das Set deutlich größer geworden ist. Außerdem musste ich einige Elemente zweimal einbauen, konnte allerdings auch ein paar von ihnen verbinden. Gucken wir uns das Ganze mal ohne Minifiguren an, sehen wir, dass der rechte Teil einigermaßen bleich geblieben ist. Trotzdem gibt es natürlich Veränderungen, wie zum Beispiel den größeren Tisch oder auch die Positionierung der Lichterketten. Auf der linken Seite wird es dann schon deutlich spannender, denn dort habe ich die Positionierung des Ganges und der Koje verändert. Außerdem habe ich die Wand dagegen mit einer etwas interessanteren Bautechnik umgesetzt, da dies die einzigen nützlichen, noch übrig gebliebenen Teile waren. Davor finden wir dann den Weihnachtsbaum, welcher dort meiner Meinung nach relativ gut reinpasst. Diesen habe ich aus den beiden im Set enthaltenen Bäumen gebaut und der gefällt mir auch relativ gut. Dahinter sehen wir an der Wand dann noch zwei weitere Kristalle, abgesehen von denen oben an der Spitze vom Weihnachtsbaum und einen kleinen Tisch, auf welchem eine Karotte liegt. In der Mitte sehen wir dann einen relativ großen Tisch, ebenfalls mit einer Karotte und natürlich mit der großen Weihnachtsgans. Diesen habe ich aus den beiden anderen Tischen zusammengebaut und ich finde, dass er seinem Vorbild schon ziemlich nahe kommt. Weiter geht es dann mit der Außenseite des Dioramas, welche natürlich auch ganz anders aussieht als die des Originalsets. Bei dieser kann man immer noch die jetzt vier Lichtschwetter befestigen und auch noch eines der beiden Jedi-Bücher, falls die Minifiguren gerade nur das andere brauchen. Als letztes, bevor wir gleich noch zu den Minifiguren kommen, zeige ich euch jetzt noch das Diorama ganz ohne die Weihnachtsdeko, da ich es auch schon beim ursprünglichen Set spannend fand zu sehen, wie leer das Ganze ohne Minifiguren und ohne Deko aussieht. Außerdem sind das hier die Teile, welche ebenfalls noch in den beiden Sets enthalten waren, für welche ich allerdings keine Verwendung mehr bei der erweiterten Version hatte. Kommen wir jetzt aber zum letzten und fast schon wichtigsten Teil, und zwar den Minifiguren. Diese haben wir ja nun alle zweimal vor uns, was einzig und allein beim kleinen Pork kein Problem darstellt. Meiner Meinung nach gehören hier allerdings noch ein paar weitere weihnachtliche Figuren dazu, wie zum Beispiel Poe Dameron aus einem etwas älteren Adventskalender und C3PO, welcher allerdings die normale Variante mit seiner Abendbedruckung ist. Außerdem bekommt Chewie natürlich noch seine eigene Weihnachtsbute, damit die anderen auch noch etwas zu essen abbekommen. Dazu könnte man jetzt natürlich noch jede Menge weiterer Figuren hinzufügen, welche wir auch alle genau in der Szene sehen, allerdings beschränke ich mich hierbei nur auf ein paar, da das Ganze sonst den Rahmen eines dann doch so kleinen Sets sprengen würde. Trotzdem gefällt mir das Ganze alles in allem ganz gut und meiner Meinung nach könnte Lego sehr gerne ähnliche Sets in den nächsten Jahren herausbringen, welche dann aber bitte nicht auf den Sequels basieren. Am besten natürlich welche basierend auf The Clone Wars oder den Prequel-Filmen. Am Ende könnt ihr euch jetzt natürlich noch die anderen Upgrade-Videos der neuen Sets angucken und abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, wie man die restlichen neuen September-Sets noch modifizieren kann. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss!